Land Rover wird die Range Rover Baureihe um ein weiteres Modell ergänzen und auf den aktuellen SUV-Coupé-Trend aufspringen. Die Briten nutzen für ihr SUV-Coupé die ADU-Plattform des Jaguar F-Pace. Auf den ersten Erlkönigbildern sind die nach hinten abfallende Dachlinie und die flach stehende Heckscheibe gut zu erkennen. Damit darunter auch Passagiere komfortabel Platz finden, dürfte die optionale dritte Sitzreihe des Range Rover Sport beim Coupé nicht mehr erhältlich sein. Im Erlkönig ist ein 2 Liter Benziner verbaut. Das Modell dürfte aber auch die bekannten V8-Motoren erhalten. Des Weiteren ist ein Diesel-Hybrid möglich. Marktstart voraussichtlich 2018.